so hallo und herzlich willkommen heute wieder ein weiteres tutorial zu streamlabs und zwar geht es heute um den streamlabs chatbot ich benutze bisher den nightbot bin damit aber nicht so 100 prozent zufrieden und denke dadurch dass ich jetzt streamlabs obs nutze ist das stream let's chatbot ehemals ank bot viel besser und viel einfacher zu bedienen und man hat auch einen riesen vorteil was ich wirklich als großen vorteil sehe dass du gleichzeitig siehst wer in einem stream zuschaut und den namen das heißt du kannst vielleicht leute ansprechen die jetzt ein bisschen nur zuschauen und nichts schreiben kannst du mal ansprechen guten tag geht es ist denke ich ein riesenfaktor du siehst den chat ordentlich und hast dir ganz viele möglichkeiten über giveaways timers commands und alles mögliche mit einzustellen kombiniert mit streamlabs obs und das ganze will ich euch jetzt zeigen wie das geht ihr ladet jetzt einfach den streamlabs chatbot runter download now streamlabs.com schrägstrich chatbot video kommt in die link kommt in die video beschreibung des weiteren ladet ihr euch python runter ist der link drunter da sucht ihr euch dann aus welches system ihr habt 32 bit oder 64 bit windows amd oder mac was auch immer ladet ihr entsprechend runter und installiert ist ganz einfach und ja dann habt ihr den streamlabs chatbot runtergeladen und dann geht's weiter starten jetzt in streamlabs chatbot eröffnet sich jetzt hier direkt ziehen wir ein bisschen größer wenn ich hinbekommen gehen wir auf start hier sucht euch aus über welche plattform ihr streamen möchtet in meinem fall ist es ihr twitch über next jetzt wird ein kurzer test gemacht also aber click next to continue run system check haben wir jetzt gerade schon gemacht er das trickert so hart hier so grün rein aber ihr müsst auf next machen so jetzt braucht ihr hier einen zweiten twitch account das heißt ihr müsst mit einer extra e mail adresse euch noch mal bei twitch anmelden und braucht den account quasi für euren bot dann geht ihr log into twitch bot account hier gebt ihr euren namen ein wie der bot heißt in meinem fall hangemaobot und dann gibt ihr passwort an und geht auf login so autorisieren müsste natürlich also geht ihr log into twitch und diesmal geht ihr mit dem normalen account rein also mit den hangemaobot müsst euch ausloggen und dann geht ihr mit eurem normalen twitch username rein dann braucht ihr euren token für alle die eben schon affiliate partner sind braucht ihr dann e ist dann token eingeben und wieder autorisieren lassen und dann gehen wir log into stream labs twitch so beruf müsste natürlich alles zulassen weil sonst funktioniert halt auch einfach nicht so jetzt haben wir das hier offen auto connect und launch machen wir an weil wir wollen ja natürlich dass er eben connected auf den chat und eben gleich da ist show view account in der console kann man machen dann sieht ihr wie viele leute quasi zuschauen clear session und start up macht mehr normal auf jeden fall raus oder rein je nachdem wie ihr das möchte ich mache sogar mal raus weil ich dann sehe noch wer als letztes gefollert hat und ich das gerne im überblick habe hosting the board for streamer jack channel connected instead of stream account lassen wir drin mods that are also subscriber will receive mod perks instead of sub perks for songs minigames können wir anmachen dann haben einfach die mods quasi zusätzliche rechte so das alles könnt ihr noch einstellen caps protection lasse ich mal aus link protection mache ich rein weil ich nicht will dass die leute ihre links rein putt posten wort protection symbol protection lasse ich aus gezielt weil eben am anfang vielleicht auch bei euch noch nicht so viel los ist deswegen würde ich jetzt nicht jeden sofort rausnehmen der eben caps schreibt dark style lasse ich drin und dann gehen wir auf finish des weiteren müsst ihr eurem mod also eurem bot den hangemau bot in meinem fall mod rechte geben das heißt schräg schräg mod und dann den namen von eurem bot eingeben und dann einfach enter drücken du hast hangemau bot als moderator für diesen kanal hinzugefügt die moderatoren rechte braucht der bot um hier richtig zu arbeiten so support die support das brauchen wir jetzt nicht so jetzt sind wir successfully connected streamer client ist online bot client ist online wir können jetzt quasi auch hier schreiben als streamer hi wie geht's und wir können hier auch wechseln und einfach als bot schreiben hallo ich bin der wort man können wir eben entsprechend schreiben so arg viel weiter würde ich jetzt gar nicht mal erst fürs erste eingehen hier sieht man es rechts wie gesagt okay positiv bot skinny horse das sind jetzt beispiele quasi für wenn dann für online sind night board ist noch moderator den weil ich jetzt rausnehmen weil ich den dadurch auch nicht mehr brauche ersetzt den ganzen ja dann habt ihr natürlich ultra viele einstellen möglichkeiten könnt ihr commands eingeben und könnt ihr auch den titel von eurem stream ändern und ja darauf gehe ich jetzt gar nicht mal so speziell ein wenn ihr dazu irgendwie speziell fragen habt dann schreibt es mal in die kommentare wenn euch das video geholfen habt gebt gerne einen daumen hoch ansonsten sage ich vielen dank fürs einschalten und wir sehen uns beim nächsten mal ciao